Vorhin Ich bin mein Mann 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 Team Meat Presence Äh irgendwas mit Newgrounds Das ist Meat Boy. Und das ist Bandage Girl. Sie liebt Meat Boy. Und Meat Boy liebt sie. Oh. Das ist Dr. Fetus. Niemand liebt Dr. Fetus. Und das ist der Grund, warum Dr. Fetus dich hasst. Aber am meisten... ...hast Dr. Fetus Meat Boy. Und so hat er ihn verprügelt. Und Bandage Girl gekümmert. Also worauf wartest du? Rette sie, du Held. Und wir sind mit... Super Meat Boy. Yeah. Wir sind mit Super Meat Boy im Start. Das finde ich. 1A. Ab und Titten geil. Wir spielen Super Meat Boy. Ähm. Ich habe schon... ...einige Welten... ...gespielt. Ähm. Warum let's play ich das jetzt? Was das ist, das ist, weil... ...ähm... ...jemand... ...ja, da hat man jetzt so ein kleines Intro gesehen. Das kommt bei jeder Welt. Ähm. Jemand wollte unbedingt, dass ich das let's playe. Also man hat mich auf Philo CC angeschrieben und gesagt... ...mensch, let's play das bitte mal. Das wäre so geil. Ähm. Ja. Ich habe schon gespielt. What the... Leute, was habe ich jetzt gemacht? Hä, Leute, ähm... ...wir haben gerade ein Secret entdeckt. Ähm. Wir haben gerade eine Secret Warp Zone entdeckt. Warp Zones, das sind... Ähm. Solche... ...mit Oldschool Grafiken, ähm... ...ähm, halt so Level mit Oldschool Grafiken. Und ich verstehe es jetzt hier gerade nicht. Wieso? Normalerweise kommt da keines... Ähm, okay. Kann ich das hier irgendwie abbrechen? Das wäre ganz ein Vorteil eigentlich gerade, weil ich hier auch gerade voll am Verkacken bin. Exit to Map. Ja. Bitteschön. Ja, normalerweise passiert dann nichts, wenn man da drauf drückt. Aber da war so ein komisches Zeichen. Da habe ich jetzt gedacht... Ja, egal. Ähm. Wir starten mit. Welt 1. Hier kann man sich, ähm, Charakter... Charaktere aussuchen. So. Und wenn man hier zum Beispiel... ...40, 60 Pflaster hat, dann kann man halt zum Beispiel, ähm... ...hier irgendwie Charaktere freischalten. So. Ähm. Pflaster, das sind halt solche kleinen... ...Pflaster, die man halt... Man, ich hab schon... Reicht das für einen Abfluss? Ja. Ähm. Ihr werdet schon nachher sehen, warum ich unbedingt Abfluss habe. Ähm. Pflaster, das kann man halt so manchen Level einsameln. Die gibt's nicht in jedem Level, aber sie gibt's. Ähm, wie gesagt. Erst noch mal darum, darauf zurückkommen, warum ich das hier let's playe. Ähm. Ja, hier wäre jetzt ein Pflaster gewesen, aber das habe ich schon eingesammelt. Weil ich ja schon ein bisschen gespielt habe. Was? Ja, hier ist ne... Och, so. Das Spiel lag bei mir ein bisschen. Also das... ...ist aber jetzt nicht so schlimm, denke ich mal. Ihr hört übrigens den Sound, wenn ihr... ...wenn ich jetzt mal leise bin. Man dürfte vielleicht ein bisschen Sound hören, weil ich habe den Sound... ...nehme ich diesmal auf, weil, ähm... ...keine Ahnung, weil ich halt Lust und Laune habe. Dann habe ich den Sound, ähm, halt ein bisschen hier im Spiel runtergedreht bei Settings. Also, wahr. Leute, was war denn jetzt... Hä, ich bin jetzt durchgeglitscht? Wartet mal. Ich bin hier gerade durchgeglitscht. Ja, das hier sind halt Pflaster, die kann man dann halt einsammeln. Wuppdi-du. Ähm, was auch das Besondere an Warp-Zone ist, man hat immer nur drei Leben pro Level. Und, äh, danach ist dann halt Schluss und dann muss man alles nochmal machen. Wer man es, der möchte. Also, man kann dann die Wuppsi noch einfach lassen, aber... ...hey, ich will das Cluster haben. Fall runter. Oh, Baby! Oh! Diddly-du. Warum sag ich Diddly-du? Egal. Yay, besser, ich go! Ähm, wie gesagt, man hat mich unbedingt gebeten, dass du jetzt playen. Hat mir dann mich auf Schüler-CC angeschrieben. Wo? Ähm, und dann hat man mich da halt gebeten, doch bitte das hier zu LP'n. Und dann hab ich gesagt, hey, warum denn nicht doch alles für meine lieben Leute, die mich... Ja, tot. Die mich aufs CC anschreiben. Das heißt nicht, dass ihr euch jetzt alle Zwang habt, weil Schüler-CC anmelden wollt, nur damit ihr mit mir schreiben könnt. Das müsst ihr nicht tun. Ich wäre so geschmeichelt, wenn es tut, aber ihr müsst es nicht tun. Also, ich verstehe, warum man sich... ...wom man sich ausgerechnet wegen mir auf Schüler-CC... Ja, hä? Ich verkack hier grad. Leute, ich verkack hier grad. Das soll nicht sein. Ich bin grad ein... Okay, ich rede einfach jetzt erstmal nicht mehr, weil ich möchte das jetzt hier auch mal irgendwann schaffen. Fick dich! Ähm, Leute, ich würde sagen, wir machen die Warp-Zones erst am Ende jeder Welt, würde ich mal sagen. Das erscheint mir am besten. Weil dann haben wir mehr Zeit, erstmal die normalen Level so hier durchzuspielen. Ähm, warum will ich eigentlich in jeder Welt unbedingt, ähm, Grade A haben? Weil, wenn ich in jeder Welt Grade A habe, dann kriege ich Bonus-Level. Also, beziehungsweise, Dog-Roll. Man kann, das zeige ich euch nachher, wenn man... Äh, warte, hier wollen Pflaster... Ich möchte, ich kann, man sieht die Pflaster jetzt nicht mehr, weil ich sie schon angesagt habe. Aber ich hier oben hätte ich so ganz knapp so ein Pflaster holt. Äh, was ich jetzt leider nicht mehr kann, keine Ahnung. So, hallo. Hallo Bandage Girl, du bist nett. Oh nein. Hier gibt's ein Pflaster, das hab ich noch. Ne, oh doch, das hab ich auch schon. Ja, dann wäre hier in diesem Block da so ein Pflaster gewesen. Also, das wusste ich noch nicht. Ah ja, das hier ist auch schön leicht. Hier gab's kein Pflaster, soweit ich weiß. Also, ähm... Yeah. Durchspringen und tot. Ja. Leider gestorben. Hörbete, hörbete. Hoch. Dran. Durch. Das könnte was werden. Nein. Mensch, ich stell mich hier schon wieder an. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es... ...mordsheiß ist. Ich meine, hey, es ist Sommer. Okay, es ist heiß. Das versteht man irgendwo. Aber es ist so extrem heiß, dass ich mich nicht so richtig konzentrieren kann. Aber man wollte halt irgendwie das Test-Let's-Play. Und dann... Ich kann Leuten, die mich nie bitten, dann werde ich meine Wünsche ausschlagen. Äh, okay. Boah, wenn ich die Hitze da in diesem scheiß Level sehe, wird mir noch viel heißer, als mir da eh schon ist. Und mein Gamepad ist schon voll verschwitzt. Hier ist es ja unglaublich. Mein Gott. Okay. Ah ja. Hier gibt es eine besondere Warp-Zone. Sprungtaste im Arsch irgendwie? Kommt das noch mir so vor, dass gerade meine Sprungtaste im Arsch... Nee. Meine Sprungtaste ging gerade für einen kleinen Moment nicht. Hier gibt es nämlich diese Rot-Worps und das sind Charakter-Worps-Zones. Und Charakter-Worps-Zones sind cool. Mit Charakter-Worps-Zones kann man lustige Sachen machen. Zum Beispiel kann man Charaktere freischalten, ohne dafür Pflaster sammeln zu müssen. Ähm, ja, da wäre jetzt eigentlich noch ein Video gekommen, aber das habe ich auch gefragt. Wir sind Commander-Video von BitTrip Runner. Wops. Wops. Ähm, ja, und wir einen Charakter-Worps-Zone und dann spielen wir halt diesen jeweiligen Charakter, der halt meistens eine besondere Eigenschaft hat. Und mit dieser besonderen Eigenschaft müssen wir es dann schaffen, Vantage-Gerl zu retten. Und Commander-Video, der kann halt für so einen kurzen Moment einmal pro Sprung so ein bisschen schweben. Ist aber ansonsten ziemlich nutzlos. Außer man will irgendwie an ein Pflaster kommen, will ich das ein bisschen leichter machen. Und dann ist der ein bisschen zugebrochen. Aber da gibt es auch bessere Charaktere, die man im Laufe des Spiels freischalten kann. Und ich wollte es ja eigentlich ganz krass da so um einen Sprung drüber auch, dass es hart nicht funktioniert hat. Ja, da merkt man schon wieder, dass Commander-Video ziemlich nutzlos ist. Ja, geschafft! Und dann würde ich hier, glaube ich, den ersten Podcast einmal beenden. Ähm, da machen wir das nächste Mal dann. Obwohl, doch, das können wir noch schnell machen. Leute, das machen wir aber noch schnell. Hier, die eine Welt hier, die ist ja ganz schnell fertig gemacht, so. Oh, baby. Wie awesome. Ähm, und dann gucken wir uns das dann hier als nächstes an. Im nächsten Podcast. Ich würde mich hier erstmal verabschieden. Yeah. Und ja, dann, ähm, sehen wir uns im nächsten Video, ähm, bis dann, ciao.